Wie die alle ihre Profile auf Privat haben. Das ist ganz schön blöd. Dass das geht und dass jeder das macht. Ich hab's auch. Herzlich willkommen zurück zu Overwatch mit Korobai. Findest du das auch blöd? Dass die ihre Profile auf Privat haben? Klar. Gut, früher hat man natürlich... Der epic Typ. Früher konnte man halt auch gucken im Rank. Wie wär's denn, wenn das im Rank Privat ist? Und im Quickplay ist an. Im Quickplay hast du an. Also im Quickplay kann man sehen, was man ist von Ranked. Oder was man so spielt. Und im Ranked ist es Privat. Da oben sind Gegner. Da oben. Was hältst du denn jetzt davon? Halt dich gut. Ja, das ist okay. Also der Rank einfach... Ja, aber im Quickplay... Ja, aber dann macht das ja irgendwie keinen Sinn. Warum das denn nicht? Im Ranked, da hat man doch früher immer gescoutet. So von wegen... Das ist ein Mercy, man. Und dann hat man geflamed. Warum spielst du nicht Mercy? Du hast 8 Millionen Stunden mit Mercy. Ah, dann kennst du den aus dem Quickplay den Namen und dann weißt du, dass das auch gar nicht... Ja, aber Namen in Blizzard gibt's ja eh doppelt. Ja, aber es gibt ja Namen, die hast du nicht doppelt hier. Zum Beispiel, äh, Ich-Tüs-77-77. Wo viele gibt's nicht? Ne? Ja. Oder Julian 3-3-4-4. Ja. Aber der Nephias, da muss man zum Glück immer fragen, ob er das der Echte ist. Kann ja auch der unechte Nephias sein. Bist du der unechte Nephias? Oh, oh. Ich hab Tracer einen Kopfschuss mitgegeben. Nachdem sie mich gekillt hat. Wartok mit Ash machen, ist nicht nett. Da ist ne Barrier. Oh, Widow geht ab, Alter. Was hast du? Oh, noch ein Achievement mit Ash. Welches? Das Hochwerfen mit Bob als Achievement und dann töten. Achso, ja, das hab ich auch noch nicht. Ich hab das Pixel-Ding. Ja, das Pixel-Ding hab ich auch. Erstes Match, was ich mit ihr gespielt hab. Quick-Play-Nachmögliches. Ich glaub, ich glaub, ich auch. Und Aim mit ihr muss ich noch üben. Ah, never. Er hat nicht um die Ecke geguckt. Ist aber kein Sniper. Ist mehr so ein McCree-Soldier-Charakter. McCriddle. Die Körper von Widow, den Schuss von McCree, ey. Bei dem Body von Widow hat sie halt echt... So, darauf hast du geguckt? Was macht Diva denn? Ah, come on. Der hätte sitzen können. Nice, Grupp. Hast du aber nicht gekriegt. Nee, er hat sich geblickt, oder? Da ist er. Hinter dir ist Roatog. Boah. Ja, als Roatog dann auch noch kam, dann... Schaffe ich das? Aber Ash hat mich gekillt. Oh, wow. Hast du Bock? Ach, Kupi... Nee. Hätte ich gerne. Was ist denn das? Gewinnst du eine Runde Hard, verlierst eine Runde Hard. Ja, ist echt so gerade. Was geht hier? Boah, die Cementra hat mich hart gerettet. Verbrenne Roatog. Oh, Roatog stirbt einfach. Der ist ein guter Roatog. Das ist kein Platin-Spieler. Das steht fest. Mindestens DIA oder so. Der ist gut. Der spielt halt nur Roatog, ne? Der spielt wahrscheinlich nur Roatog. Und der ist so gut, der stirbt nie. Jetzt habe ich Bob. Bob! Aber jetzt habe ich meine Ulti nicht mehr. Als ob sie das... Wenn Moira shiftet, hört das Feuer auf. Oder was war das jetzt? Oh, Widow hat Spaß. Wir haben keine Zaya, ne? Na, schade. Nope. Damit kann man Bob bestimmt auch gut kombinieren. Habe ich noch nie gemacht. Oder eine Ana haben wir auch nicht, ne? Oh, schade. Nano-Bob hatte ich ja schon. Aber der kriegt ja keine Team mehr für. Nee, leider nicht. Oh, wow. Ich bin tot. Scheiße, verkackt. Ja, Bob verkackt. Äh, stimmt. Er steht da und ist down. Ja. Und dann kommt der Roatog raus mit seiner Ulti. Wir haben halt auch keinen richtigen... Also die Moira, weiß nicht. Wir haben keinen richtigen Tank irgendwie. Alter. Keinen richtigen Tank und keinen richtigen Heiler. Helden sterben nicht. Ah, ich werde geheilt. Wunder geschehen. Ah. Das Aiming mit ihr kann ich nicht. Manchmal mache ich Treffer, da denke ich mir, ui. Und dann sowas. So. Und jetzt? Tu was, Bob. Wo kommen sie? Widow ist schon da. Die haben die Widow? Ja, ja. Aber schon länger. War das doch eine Widow, die mich... Oh mein Gott, Hanse. Die haben Widow und Hanse. Hm, Winston wäre nicht schlecht. Okay, Widow hat einen Headshot kassiert, aber sie steht zu weit weg. Oh, D.Va. Hat D.Va zum Glück einen Kill gemacht. Oh, da war Roatog. Oh, da ist keiner mehr. Was ist denn da los? Widow ist hier durchgelaufen. Da ist einer auf dem Punkt. Ja, Widow. War das denn? Mercy ist da. Ja, Mercy brennt. It's down. Roatog is down. Geht doch. Hier links war was. Ne Moira war hier. Komm, mach sie! Mach ihn! Oh Gott, mach doch den Hanse. Ich hab hier extra einen Headshot verpasst. Moira hat nicht mehr viel. Sie ist oben über euch. Oh, ich muss weg. Mercy holt. Get in there, Bob. A torch from afar. Dead eyes ready. Oh, 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 oh. Genji. Oh nein! Oh, ich hatte zwei oder drei. Oh, oh. Woran bin ich eigentlich gestoppt? Achso, weil der Hanse... Die ganze Zeit in Pocket Mercy kann das, Alter? Ja, 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 ja. Die ist immer nur bei ihm. Oh. 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 Oh, ich rocke. Was ist da los? Hier ist ein Winston, der aufräumt. Oh. Oh. Oh, nice. Aber der Bob geht immer raus. Das ist das Problem. Ja, ja, aber... Doch, doch, der ist rausgegangen. Aber sie ist halt tot. Ja, nice. Genji kann das Dynamit doch bestimmt reflekten, oder? Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Bestimmt. Sein Projektziel. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist ein Genji. Äh, ne, Hanse, meine ich. Ich hab was angezündet. Haha. Ja! Hab sie. Oh, die Mössi haben wir voll gerapet, Mann. Fucking luck? Ne, luck. Sagt er. Ja, das war meinetwegen, glaube ich, weil ich ihn runtergehauen hab. Ne, ich hab ihm Dynamit, äh, ins Gesicht geworfen, und er ist abgezündet. Das hat ihn getriggert als selber Ash-Schwiller. Wokatek Yokorai. Ja, haben wir doch noch gehauen. Geht doch. Ja, nice. Am Ende hab ich auch wieder mal gerissen. Am Ende wurde ich warm mit dir. Am Ende wurde ich Winston, da hat alles, alles geklappt. Oh. Jawollo. Hä? Dabei fand ich mein Winston-Gameplay eigentlich viel besser, als ich da ... Pass auf, guck mal, was ich da mache. Bob. Nein. Nach Gurubai-Vorarbeit wollte ich noch mal gesagt haben. Der hat da, ist da reingegangen. Oh, ich fand die Widow nicht schlecht. Die Widow war gut von uns. Ist die noch da? Hier, Widow. Mora natürlich. La Loon. Ja, die anderen beiden fand ich jetzt nicht so gut. Ich fand den Winston nicht schlecht, den kann ich aber nicht mehr walten. Ich glaub, der hat mich blockiert. Der Roadhog, oder was meinst du? Der Winston. Der hat sich ja da verwirrt, glaub ich. Der Winston? Also ich. Wow. Ich unfriende dich jetzt, nur damit du mir Shotcaller geben kannst. Soll ich sie locken? Ja, kannst du machen. Neh mich. Aber wir warten, bis die anderen gepickt haben. Okay. Damit kein anderer gerade lauert auf diesen Moment. Ich nehm jetzt die obligatorische Widow. Die nehm ich dann. Und alle denken, ich bin blöd. Tauschen gleich. Ich nehm gleich für du. Okay. Guck mal, die drei, die wollen alle Ash spielen. Die lauern auf. Die lauern auf. Die lauern. Die geiern, Alter. Ah, dann nimmt der Hanso, sagt er. Dann nimmt der Hanso. Ah, Tank und Hyla geben die sich nicht, sagt er. Aua. Die anderen beiden wollten wahrscheinlich Ash und Widow haben. Oh, Hemi. Na komm. Pass auf, du musst zuerst vom Helden gehen. Damit du schon ready bist. Okay, bin ich. Weil sobald ich H drücke, gehe ich ja vom Helden. Ich bin, ich bin vom Helden. Okay. Und los. Ja gut, die hätten die eh nicht genommen. Na doch, die haben gelauert. Du sagst immer, dass sie gelauert haben. Achso, ich wollte meine Sprays zeigen. Ich hab den. Oh, warte. Mach hier. Ich hab, ich hab den. Ich hab so einen, der sieht aus wie Tracer. Der ist cool. Ich hab einen, der sieht aus wie Tracer. Ja, den hab ich auch. Und da, wo sie jung ist. Ich hab einen, der hat so die Pose von Tracer und schießt so seitlich weg. Oh, lol, was macht denn der? Was ist das denn? Was fliegt die Diva über euch weg? Stimmt ja. Ja, hab ich gesehen, als sie den Hanzo gechased hat. Was zur Hölle? Vor mir steht da eine Diva über uns. Keiner reagiert. Ah, die hat nur noch einen, einen, einen Hit oder so. Jawoll. Alles ob. Oh, Rieser brennt. Oh, Rieser brennt. Die haben eine Mercy wieder, eine Pocket Mercy. Wieso haben die Gegner eigentlich grundsätzlich Heiler und wir wieder nicht? Wir haben Arna. Und jetzt ist Hammond sogar noch zu Junkrat gewechselt. Geil. Weil Hammond kann jeder, sagt er. Oh. Was ist denn das? Gefühlt ist es immer dasselbe, wa? Als ob die Arna uns heilen würde. Ich schieße immer nur auf den Orisa-Shield. Geh mal das Medikit da links im Haus hauen, du bist ein bisschen low. Ja. Nicht da. Hier links. Das ist groß. Ich ist da. Ich will das Große. Hab sie. Ja, nice. Komm, spring doch mal, Diva. Äh, Widow. Merci. Was? Hab ich gefeuert eigentlich? Ja, bestimmt. Oh, du nimmst das Objective. Die kommen jetzt aber gleich. Ach, du mit deiner scheiß Damage-Kugel. Das ist unfair. Ich hätte dich gekriegt. Junkrat macht jetzt fertig, sagt er. Wäre schön, wenn die Tracer mal einen Punkt geben würde und ich irgendwo in der Ecke warten würde auf andere. Wenn jetzt Alana Risa stirbt, bin ich enttäuscht von euch. Ach, Leute. Was ist mit euch? Ich habe keine Ahnung. Ich war nicht da, als da gepusht wurde. Komm, sie ist low. Mach den Schild. Schieß auf den Schild. Schieß auf den Schild. Schieß auf den Schild. Schieß auf den Schild. Hab ich gemacht, hab ich gemacht. Und die Leine auf den Kopf. Die war es über uns. Die war es out of mech. Warum ist die hier? Oh, Leute. Die ist in meiner Giftkanate, genau. Nice. Komm, Orisa ist low. Hab ich. So, Torrid steht. Hast du Torbjörn genommen? Nee, was? Nee, Bob steht hier. Achso, Bob. Hättest du Bob mal verwahrt, ey. Ja, hätte ich machen müssen. Ah, die haben jetzt einen Torbjörn. Auf dem Punkt ist Bob nämlich geil. Den kannst du in die Mitte stellen. Der trifft alle. Oh mein Gott. Apropos Torbjörn steht, die haben Torbjörn. Ja, ja, ja. Habe ich doch übrigens schon gesagt. Oh, ich brenne. Ich auch. Jetzt ich du nie mehr. Komm, wir haben so viele Tod gehabt. Was ist da los, oder? Diva ist chasing. Ich habe Bob gleich wieder. Nice try. Ja, aber die Mäuva kriegt mich wieder. Oh, jetzt kommt die Diva. Komm, ihr seht alle. Ich habe extra D-Ul-Normen gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, der Epic EGL ist nicht Roadhog. Der spielt gerade McRee. Deswegen gewinnen wir so halb. Deswegen gewinnen wir so halb, ja. Deswegen gebe ich dem so viele Headshots. Ging vorher ja nicht. Als ob sie mich hier noch erwischt hat. Die war Kilometer weit weg. Bob. Oh wow. Oh go. Ja, er hat die Schocks genutzt. Woher wusste der denn, dass ich da bin? Durch Bob? Ja klar. Bob hat ja auf dich geschossen. Einfach mal Dynamit hinwerfen. Der hat einfach ins Blaue geschossen. Der McQueer hat mich ja gekillt. Ach so. Der hat einfach nur in die Richtung geschossen. Wallhack vielleicht. Was ist das? Dich dran auf jeden Fall. Also ich habe Bob. Ich habe Ash gekillt. Okay. Oh, Epic ist down, Alter. Was macht Genji? Der wechselt jetzt. Oh, wieso kommt denn immer Moira hinter mir her? Und keiner killt die Moira. Also ich habe immer noch Bob. Ja, das ist cool. Unsere Tracer macht immer was woanders und nicht da, wo sie soll. Ich weiß nicht, was die macht. Oh, go, go. Nice. Ich würde sagen, mach mal einen Bobby. Ab mit dir, Bob. Oh mein Gott, das ist ja eklig. Und sie sagt, Bob, do something. Sie sagt halt sowohl beim Gegner als auch bei mir dasselbe. Auf Englisch, das ist ein bisschen blöd. Aber es ist halt ihr Spruch. Ja. Was hat sie auf Deutsch gerufen? Äh, Bob, los. Was ist los mit dir oder so? Keine Ahnung. Weiß gerade nicht mehr. Oh, ich lebe noch. Ach Mann, ey. Warum? Ich habe Gold Damage. Als Widow. Ich habe Bronze. Jetzt bin ich tot. Oh, das Torbier-Geschütz. Also, ich habe wirklich nicht so viel gemacht als Ash, ne? Aber wenigstens probiere ich nicht neue Helden im Ranked aus, so wie letztens der Typ. Der Typ war echt Hammer. Aber wir haben auch keinen Heiler gehabt, keinen richtigen. Nee, nee, nee. Die hatten zwei, die ganze Zeit. Wir verlieren die ganze Zeit gegen Sandman und seinen Kumpel, dem Epic. Ja, wir müssen mal lieben, ey. Geht ja gar nicht. Nächste Runde mit neuen Gegnern sind wir gelieft, Leute. Ich verspreche es euch. Guckt euch mal das Highlight an. Total das Highlight. Ach, das ist da, wo Nefias noch stirbt. Triple Kill. So, wir lieben jetzt. Bis dahin. Haut rein. Tschö.